Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns nun das Video von diesem Daytream an. Wir hatten ja zuerst auf die aktuellen Geschehnisse reagiert zu Chan. Und jetzt gucken wir uns Statements zu Chan, Tens und weitere ehemalige Mitglieder von Apple War Pictures äußern sich an. Und wir gucken uns an, warte ich jetzt, Theo Statements zu den aktuellen Vorwürfen gegen ihn. Und was da passiert ist, keine Ahnung, wir schauen uns das einfach mal, warum er da ein Statement gemacht hat. Keine Ahnung. Tati Yu, Dankeschön für den Verschenkzab und ich würde meinen, wir legen jetzt los, was die Statements sind. Und ich finde es gut, dass sich da relativ zeitnah dazu geäußert wird und sich hoffentlich auch davon distanziert wird und dem Betroffenen Gehör geschenkt wird. Aua, Aua, schmerzhaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass obwohl ich das jetzt schon in Apple War Mitglieder haben, jetzt Statements veröffentlicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass obwohl ich das jetzt schon editiert habe im ersten Video von gestern, dass man das nicht unbedingt sehen wird. In der Videobox würden die Statements drin sein, aber ich nutze dieses Video hier als schnelles Update, dass ihr seht, was die Leute dazu sagen. Demon sagt folgendes. Also nochmal ganz kurz, wer den ersten Teil nicht gesehen hat. Wir haben heute auf das erste Video dazu reagiert. Da ging es um Chan, da geht es um Machtmissbrauch. Da wurden praktisch Fans zu sich, oder mit Fans wurde geschrieben, in der Hoffnung, sexuellen Kontakt herzustellen. Zumindest das waren die Vorwürfe, muss man an der Stelle sagen. Das sind Vorwürfe, das sind Anschuldigungen. Beweise haben wir natürlich nicht, aber das sind die Vorwürfe, damit ihr kurz im Bilde seid, um was es überhaupt geht. Und ja, jetzt steht halt Apple Bar Pictures nicht ganz so gut da. Und die Mitglieder haben sich jetzt dazu geäußert und haben jetzt auch gesagt, okay, wir machen mal Statements. Und jetzt gucken wir uns die Statements an. Deswegen, das nur kurz zum Kontext, damit ihr Bescheid wisst, um was es geht. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Übrigens, falls ihr es noch nicht getan habt, wir stehen kurz vor den 70.000 Abos hier auf dem Zweitkanal. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Da ich hier nicht mehr aktiv bin, hat es ein wenig gebraucht, bis ich von den Anschuldigungen gegen Apple War erfahren habe, die ich für absolut plausibel halte, auch wenn ich davon bis heute keine Kenntnis hatte. Auch wenn ich nur weniger am Begriff bin und eher am Rand der Gruppe stand, will ich hier aus Überzeugung zur Solidarität mit Sam aufrufen. So etwas sollte niemandem passieren und die Kraft, die es kostet, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist nur mit Respekt zu honorieren. Das Opfer und ich haben uns nur flüchtig gekannt und ein paar Mal gesehen, aber ich will dennoch meinen vollen Support für Sam bekunden. Ich hoffe, diese Reveal hilft dir auf deinem weiteren Weg. Stay strong. Gigaplex zitierte das dann und schrieb dazu, dem kann ich mich eins zu eins anschließen. Ich habe auch erst heute davon erfahren, gerade da ich auf Social Media allgemein nicht mehr wirklich aktiv bin, da ich mich vor über zehn Jahren entschlossen hatte, mich auf andere Verpflichtungen außerhalb Social Media zu konzentrieren. Master Jam schrieb folgendes Statement. Okay, ja, Master Jam, also es ist auch wirklich der Einzige, den ich in diesem ganzen Umfeld kenne, ja. Aber auch durch einen Zufall tatsächlich, weil wir auf Madeira dann zusammen irgendwie, also wir waren als große Gruppe auf Madeira irgendwie zusammen gewesen. Da waren die halt zufälligerweise auch da. War aber nett, also war sympathisch, muss ich sagen. Keine Ahnung, inwiefern die da verstrickt sind oder nicht verstrickt sind, ich finde es gut, dass sich erst mal dazu geäußert wird. Muss aber auch an der Stelle sagen, dass ich es weird finde, dass niemand von Apple Watch davon mitbekommen haben soll. Oder beziehungsweise sich nicht dazu geäußert wurde mit, jo, ich habe es mitbekommen, aber ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Oder ich habe es mitbekommen, dass es falsch war. Aber die meisten, so wie ich es gesehen habe, haben gemeint, jo, hier, mir ist es gar nicht aufgefallen. Was irgendwie komisch ist, muss ich sagen. Junge Zero, danke für die fünf versteckten Subs. Ey, ihr seid wirklich heute heftig, ohne Scheiß. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass Can von Apple Watch Pictures Machtmissbrauch mit sexuellem Hintergrund vorgeworfen wird. Dies soll vor allem auch in der Hochzeit von Apple Watch Pictures und auch danach noch um 2019 passiert sein. Ich möchte diese Sache nicht totschweigen und mich ganz klar von all dem, was dort passiert ist, distanzieren. Ich habe hier bereits mit einer betroffenen Person gesprochen und möchte hier auch noch einmal betonen, dass ich meine volle Solidarität mit allen Betroffenen ausdrücken möchte. Ich wünsche euch nur das Beste. In der damaligen Zeit habe ich es schlicht nicht gewusst und mitbekommen. Die Nachricht hat mich jetzt die letzten Tage genauso hart getroffen wie euch. Mir war bis jetzt nämlich lediglich bekannt, dass Can seine Internetpräsenz aufgibt. Den genauen Grund habe ich auch erst jetzt erfahren. Hätte ich es damals mitbekommen, hätte ich sicher nicht geschwiegen und ich verurteile dieses Verhalten aufs Schärfste. Mit Can selbst habe ich schon lange keinen intensiven Kontakt mehr und werde auch das bisschen, was hier noch geblieben ist, endgültig beenden. Auch Shorty schrieb ein... Okay, es ist eine klare Distanzierung, ist auch richtig, dass man das so schreibt, finde ich auch... Also es ist ein gutes Statement. Ich finde es nur halt immer noch weird, dass es keiner mitbekommen haben soll, weil wie gesagt, die Personen, die dort mit dabei waren, die waren auch auf Conventions mit dabei, so wie es ja geschrieben wurde. Also von Convention zu Convention sind die. Und angefangen hat das ganze Jahr, also mit 15, 16 oder so, was da geschrieben wurde. Das muss man auch mitbekommen, dass da ein Ü30-Jähriger mit einer 15, 16-Jährigen, die man Fan war, abhängt. Irgendwie, da muss man mal sagen hier, oder mal jemand ranholen, oder mal sagen, hier, wer ist das und warum ist jemand mit dabei? Und wenn dann gesagt wird, ja hier Freundschaft kurz, oder hier, ne, wir sind halt gut befreundet, dann kann doch irgendwas nicht stimmen, wenn ein Ü30-Jähriger mit einer 16-Jährigen befreundet ist. Ihr nehmt es mir nicht übel, ja. Aber ich, ich bin 25 und ich finde es todes weird, wenn ich mit 25 mit einer 15- oder 16-Jährigen befreundet wäre. Das sind fast, das sind knapp 10 Jahre Unterschied. Ey, der wird nicht, das ist schon echt komisch. Ein Statement, er schrieb, Hallo liebe Leute, ich habe seit Jahren nichts mehr mit YouTube und dem Thema Apple War zu tun. Mich hat gerade eine Freundin angeschrieben und auf das Thema Chan und Apple War abmerksam gemacht. Wie soll ich da anfangen? Ich bin absolut geschockt und weiß nicht, wie ich die richtigen Worte finden soll, aber ich versuche es trotzdem. Zuallererst, ich habe zwei betroffene Personen geschrieben und ihnen meine volle Solidarität zugesprochen. Ich habe privat mit Chan auch damals schon kaum etwas unternommen. Vielmehr waren es die Videos und Drehs, zu denen ich da war, an denen meistens auch mehrere vom Team teilgenommen haben. Ich kann euch versichern, dass mir nichts in die Richtung bekannt war und ich wirklich nichts davon mitbekommen habe. Ich bin gerade sehr getroffen. Ich kann euch versichern, dass ich sofort Schritte eingeleitet hätte. Ich selbst bin vom Beruf Sozialpädagoge und arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Wer mich kennt, weiß, dass deren Wohl mir mehr am Herzen liegt als mein eigenes. Ich schäme mich dafür, nichts mitbekommen zu haben. Ich selbst habe so gut wie gar keinen Kontakt mehr zu Chan, schon seit Jahren. Ich möchte meine volle Solidarität allen Opfern aussprechen und finde es sehr stark, dass sie sich trauen, etwas zu sagen. Das erfordert viel Mut und das respektiere ich von ganzem Herzen. Wer mich kennt, weiß, wie ich zu so einem Thema stehe. Ich distanziere mich ausdrücklich von allem, was dort passiert ist. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich nichts gemerkt oder mitbekommen habe, um einzuschreiten. Shorty. Und auch Tens äußerte sich dazu jetzt schon. Also Tens war derjenige, so wie das gerade im Profilbild aussah. Ist Tens derjenige gewesen, der diesen Clip mitgemacht hat, dass sie nicht in eine Beziehung eingehen würden mit einem Fan oder so? War das nicht Tens? Also ich glaube, es müsste Tens gewesen sein. Zumindest sieht er hier so aus oder hat zumindest Ähnlichkeiten. Dazu jetzt schon. Ich habe gestern Nacht durch Mastercam von der aktuellen Thematik erfahren. Als jahrelangen Freund und Apple-War-Weggefährten von Chan schockiert es mich sehr. Ich musste meine Gedanken erst einmal sammeln. Ja, ist ja okay, okay. Ich musste erst einmal verstehen, was vor sich ging. Ich verurteile auf schärfste Chans Verhalten und distanziere mich von den Handlungen, die Chan zu Lasten gelegt wurden und die, soweit ich informiert bin, wahr sind. Meine uneingeschränkte Solidarität gilt hier bei den Betroffenen, die den Mut aufbringen, über diesen schwierigen Sachverhalt zu reden. Ich biete für die Aufarbeitung der Ereignisse meine volle Unterstützung an. Als Gründungsmitglied bei Apple-War habe ich das Gefühl, viel erzählen zu müssen, aber nicht viel erzählen zu können. Und das fühlt sich weird an. Der Mann, der alles erzählen könnte, hat sich komplett aus dem Internet zurückgezogen und mir dann nicht einmal mitgeteilt, was die wahren Gründe für diesen Rückzug waren. Aber um mich geht es hier nicht. Ich bin hier nicht das Opfer. Ich bin einfach bloß enttäuscht, wütend, traurig und beschämt über die Vorkommnisse. Mir tut vor allem leid, die Erzählungen einer Betroffenen zum damaligen Zeitpunkt nicht ernst genommen zu haben. Mir war bewusst, dass Chan einen promiskuitiven Lebensstil führt, nicht aber, welches Ausmaß dies hatte. Wie man mit... Okay, also er... Also er gibt hier mehr oder weniger zu, dass er das schon komisch fand, wie er da rangegangen ist an solche Thematiken. Was mittlerweile klar wurde, hat Chan anscheinend in mehreren Fällen Grooming betrieben und sexuelle Handlungen am Minderjährigen vorgenommen. Hierfür hat er seine Bekanntheit schlicht ausgenutzt. Neben Sam und Ellie hat es wohl noch weitere Betroffene gegeben. Ich hoffe, sie werden dereinst in der Lage sein, die Geschehnisse zu verarbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Kraft auf diesem Weg. Ellie ist die Person, die ich gestern als dritte Betroffene genannt habe, die schon Fotos gezeigt hat, wo sie sich mit Chan zeigt. Die ich hier jetzt nochmal einblende, weil sie schon seit vielen Monaten, seit mehreren Jahren darum kämpft, das Ganze anscheinend ans Licht zu bringen. Sam hat mittlerweile selbst bestätigt, dass die beiden gegeneinander aufgehetzt wurden von Chan. Und das hat dazu geführt, dass sich Ellie dann nicht allzu wohlwollend über Sam geäußert hat. Man sieht sehr viele Tweets, die ziemlich fies sind, die es ja gegen Sarah schießen, die unterste Schublade gegen Lucy schießen. Ich finde es gut, dass sich die beiden wieder vertragen haben. Das haben sie nämlich beide bekannt gegeben auf Twitter. Und ja, dass sie das Kriegsball quasi begraben haben und jetzt gegenseitig sich unterstützen möchten. Ich habe auch gesehen, wie sie sich auf TikTok unterhalten und da dann eben drüber sprechen, was da noch so alles vorgefallen ist. Ich blende euch hier wieder die Screenshots, so wie gestern ein. Und es kommen immer mehr Tweets von Opfern. Es kommen immer mehr Hörensagen dazu. Es wird mittlerweile schon so weit gegangen, dass Sio mit reingezogen. Naja, hier geht es um das CEO-Thema. Also da gucken wir uns das dann auch noch an. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Mit CEO bin ich ja auch cool, muss ich an der Stelle sagen. Aber auch das, ich verurteile natürlich sämtliches Verhalten, was absolut unkorrekt ist. Genauso verlange ich das auch, wenn ich scheiße mache, dass es dann gesagt wird, hier übrigens, das ist kacke gewesen. Aber wir können mal gucken, was überhaupt geschrieben wurde. Ist zwar kein Geheimnis, aber ich droppe einfach mal einen YouTuber, der auch seinen Bekanntheitsgrad für tödödöd mit Fans ausgenutzt hat. Thomas sagt halt, okay, krass. Ja, keine Ahnung, also ich kann es nicht beurteilen. Ja, deswegen ist das genauso wie die andere Geschichte. Wir gucken uns das jetzt an und schauen einfach mal, was gesagt wird. Bloß wir gucken uns dann auch das Statement von Thomas dazu an. Beziehungsweise CEO. Der Tweet dazu existiert schon seit sehr vielen Monaten. Hat nicht halt so viel Aufmerksamkeit bislang gekriegt. Jetzt wird es auf einmal relevant, weil es zum Thema passt, dass CEO auch mit Ellie etwas gehabt haben soll, ihr zufolge. Und die Behauptungen, warum Can seinen Kanal löscht oder seine Internetpräsenz aufgibt, die sind auch relativ vielseitig. Es steht einerseits im Raum, ein User hat zum Beispiel einen Screenshot gepostet von einem WhatsApp-Chat mit ihm, wo er ihm schreibt, dass er geistig ausgeloggt ist und nicht mehr selbstständig sein möchte und dass es ihm jetzt sehr viel besser geht. Ellie und er haben dann drüber geschrieben, woher dieser Screenshot kommt. Und da meinte dann der andere, dass er random die Nummer mal gekriegt hat vor drei Jahren. Ein Video habe ich noch gefunden bei Dimiris. Es ist ungefähr fünf Tage alt, wo Can drüber redet, sehr vage, warum er geht. Es hat jetzt auch den Anstoß gegeben. Meine Oma ist gerade ins Krankenhaus gekommen und da habe ich mir gedacht, jetzt, das war jetzt der Anstoß, jetzt reicht es offiziell. Und dann war ich gerade noch bei meiner Mutter, der jetzt auch nicht so prickelnd. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann bin ich lieber für die alle da, such mir nochmal einen Job. Das ist, ich verdiene auch nicht mehr so viel, dass es sich lohnt, nur noch von Twitch und YouTube leben zu können. Schon lange nicht mehr. Und in dem Sinne... Wie lief denn eigentlich? Wir haben ja vorhin, hatte ich auch mal geguckt, wegen diesem Kanal hier, die Meris. Ich will mal wissen, die Meris, wie der Kanal eigentlich so performt hat. Perfekt, man sieht das mal wieder gar nichts. Die Meris. Boah, ist ja gut. Warte, hier, die Meris. Warte, ich will die Meerschweinchen. So, mal schauen, ob ich euch das mal zeigen kann. Okay, der macht im Monat... Naja, gut, der macht dann nicht viele Aufrufe. Der hat aber noch nie viele Aufrufe gemacht. Ja, wobei, damals ja schon, hat er mit Meerschweinchen konntet. Überlegt euch das mal. Trotzdem hier so fast eine halbe Million Aufrufe. Ist gut, ja. Aber für einen Kanal mit über 200.000 Abonnenten wundert es mich einfach. Da hätte ich gedacht, dass er mehr Aufrufe macht. Aber der hat mit dem Kanal 88 Millionen Aufrufe gemacht. Ist das ein reiner Meerschweinchen-Kanal? Hat das schon immer... Ja, tatsächlich. Der hat mit einem reinen Meerschweinchen-Kanal 88 Millionen Aufrufe gemacht. Jungen, auch vor 13 Jahren. Okay. Jo, der führt den ja schon Ewigkeiten. Okay, das ist great. Das wusste ich gar nicht. Das ist krass. Das nervt auch mit den Steuern und alles. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt dicht. Dann mache ich jetzt einfach dicht. Es reicht. Ihr seht ja, Sarah auch schon seit Monaten nicht mehr. Wenn sie die jo. Seitdem Poppy damals gestorben ist, hat sie auch sehr stark die Lust an allem verloren. Und dann haben wir jetzt gedacht, bevor wir das noch weiter hinaus zögern, bedanken wir uns einfach einmal für alles. für die ganze lange Zeit. Und vielen Dank. Aber wir hören jetzt auf. Es tut uns leid, dass das auch so plötzlich kommt. Aber es war schön mit euch. Aber es gibt ja auch noch mehr als genügend andere Meerschweinchen- und Tiervideos auf YouTube. Das sollte kein Problem sein. Und offenbar werden da Kommentare gelöscht, wie mehrere User schon geschrieben haben. Es wird auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Sache jetzt immer wieder Lord Abaddon ins Spiel gebracht, der aber anscheinend nur so am Rande mit Apple Warpictures zu tun gehabt. Stimmt, stimmt. Zu Lord Abaddon. Das war früher auch ein anerkannter YouTuber. Der hatte auch wie viel? 70.000 Abos oder so. War auch relativ beliebt. Und der hatte auch so einen Skandal. Da war damals auch so ein Skandal. Und der wurde dann auch mehr oder weniger... Das war es dann auch mehr oder weniger für ihn. ...haben soll, wo es darum ging, dass er damals einen großen Skandal gehabt hat, in dem ihm vorgeworfen wird, minderjährige Mädchen in Online-Gruppen gelockt zu haben und sie gezwungen zu haben, ihm anzügliche Fotos zu schicken. Daraufhin brach ein riesiger Shitstorm los, obwohl die Vorwürfe nie offiziell bestätigt wurden. Daraufhin hat er sich zurückgezogen und dann irgendwann ganz als Lord Abaddon aufgehört. Ich habe jetzt gesehen, dass seine Social Media Accounts aktiv sind und er ist anscheinend in der Finanzdienstleistung aktiv. Ellie erhebt allerdings auch schwere Vorwürfe, dass andere von Apple Warpictures da genauso involviert waren. Zum Beispiel sagt sie, dass sie von Skliefen gegen ihren Willen geküsst worden ist und dann derjenige sich beschwert hat, dass sie Chan lässt, aber ihn nicht und überall die Beine breit macht angeblich. Sie sagt außerdem, dass sie mit Krimi-Spinnern zusammen war und dass sie der ständig mit Fangirls betrogen hat, weil er sich auch mal so cool fühlen wollte wie Chan und so. Und es wird von Ellie geschrieben, dass es eine WhatsApp-Gruppe gegeben hat, in der andere aus dem Team waren und zum Beispiel auch Mr. Trashpack, wo sie sich gegenseitig anzügliche Bilder von Mädels rumgeschickt haben oder von anderen YouTuberinnen. Ich finde es in diesem Zusammenhang dann eigentlich fast schon interessant, dass die Statements sich rein auf die... macht es jetzt auch nicht gerade besser. Ja, also das hat man ja gesehen, dass irgendwie da in Gruppen irgendwelche Bilder geschickt wurden, aber da wurde ja auch gesagt mit größeren YouTubern und so, warum hat man eine YouTuber-Gruppe, wo man sich anzügliche Bilder von Freundinnen oder Freundschaft-Plus-Leuten schickt? Also je nachdem, ob das auch so stimmt, aber das ist eine sehr weirde Vorstellung überhaupt und krass. Das ist einfach krass. Chan und das ganze Grooming beschränken, was ja sehr problematisch ist und unter Umständen auch strafrechtlich relevant ist, da er ja ein Machtgefälle eben ausgenutzt hat und da Sam zum Beispiel 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt war und das dann in Deutschland eigentlich zur Ansage gebracht werden könnte. Soviel zu dem Thema erstmal. Ich wollte nicht heute schon wieder ein Video zum ganzen Thema machen, aber da die Statements so schnell gekommen sind, fand ich es dann doch relevant. Lasst gerne ein Like da beim Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es gibt auch sehr viele andere Themen in Zukunft wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Ja, also danke fürs Update. Wir werden jetzt direkt, also das wird eine Doppelreaction sein, das kommt aus einem Video, wenn dann auf einen Zweitkanal. Wir werden jetzt direkt auch mal ein Statement angucken von Theo. Er wird mich halt wundern, ich weiß nicht, was da los war. Wirklich ganz weirde Situation. Ich finde es sehr heftig alles, super heftige Vorfälle. Ich finde am randomsten ist plötzlich, dass Theo mit dabei ist. Deswegen möchte ich jetzt mal wissen, was er noch dazu sagt. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns das mal anhören. Zu den Anschuldigungen ihm Hat sich Mr. Trashback schon geäußert? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gegenüber zu Wort gemeldet. Das gucken wir uns im heutigen Video an. Im Zuge der ganzen Chant-Thematik sind Menschen auf einen alten Tweet von Avi Ali aufmerksam geworden, wo es um Theo geht, indem sie darüber schreibt, dass es zwar kein Geheimnis sei, aber sie droppt jetzt einfach mal einen YouTuber, der auch seinen Bekanntheitsgrad für Sex mit Fans ausgenutzt hat. Dieser Tweet stammt aus dem August 2021 und wurde daraufhin von den Usern auf Twitter ausgegraben, als eben diese ganze Thematik um Chan jetzt wieder hochgekocht ist. Deswegen hat sie sich auch darüber zu Wort gemeldet, als sie dann einen längeren Thread verfasst hat über die ganze Sache mit Chan. Zu Theo hat sie dabei Folgendes geschrieben. Und da einige Füchse meinen Tweet zum Thema Theo gefunden haben, möchte ich auch darüber ein paar Worte sagen. Okay, äh, hi, ich bin Ellie. Die meisten meiner Follower kannten mich von Apple, die neuen nun leider auch. Teil meiner Story schon seit Jahren und endlich dank Sam bekommen andere davon mit. Hier ist dann die Story und hier wird geschrieben. Und da einige Füchse meinen Tweet zum Thema Theo gefunden haben, möchte ich auch noch ein paar Worte darüber verlieren. Das war einer der letzten Abschnitte aus ihrem Fred zu Chan. Ähm, ja, also, warte hier, ich war, wir einfach mal kurz, äh, der Ferne salber, dass wir das jetzt auch alles mal hier aufklären. Ich war am 17. Äh, nee, ich war, ich, ich war am 17. Ich war 17. Er hat mich, also okay, da geht's scheinbar jetzt um, Theo, äh, ich war 17. Er hat mich auf Facebook angefragt, weil er mich von Apple War Pictures kannte. Wir trafen uns. Er sagte, ich kann bei ihm schlafen. Der Rest ist offensichtlich. Ich unterhielt mich mit anderen Mädchen, jünger als ich. Und sie berichteten auch, äh, von einer nennen wir es, Übernachtungsparty mit Happy End. Oder auch seiner Ex-Freundin, die er nie öffentlich gezeigt hat und letzten Endes ersetzte. Auch darüber habe ich mit Vic gesprochen, als es um die Idee mit dem Podcast ging. Ich erlaubte ihnen, meinen Namen zu nennen und scheinbar konnten sie das klären. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich war enttäuscht. Ich war sauer. Bitte hört auf, Theo mit Chan zu vergleichen. Es war scheiße, aber das hier sind Weltenunterschied. Ja, also, äh, ist trotzdem krass. Also, also, sollte da jetzt komplett alles, alles so stimmen, ne? Das ist trotzdem. Gut, ich weiß auch nicht, wie, wie lange ist das her? Also, da war sie 17. Wie alt war Theo? Das wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen, aber ich, ach man, das ist auch eigentlich nicht schön zu reden. Ich war 17. Er hat mich auf Facebook angefragt, weil er mich von Apple War Pictures kannte. Wir trafen uns. Er sagte, ich kann bei ihm schlafen. Der Rest ist offensichtlich. Ich unterhielt mich mit anderen Mädchen, jünger als ich, und sie berichteten auch von einer, nennen wir es Überraschungsparty, mit Happy End oder auch seiner Ex-Freundin, die er nie öffnet. Gut, dass ihr das jetzt auch nochmal vorliest, aber so haben wir nochmal einen doppelten Eindruck. Öffentlich gezeigt hat und letzten Endes ersetzte. Auch darüber habe ich mit Vic gesprochen, als es um die Idee mit dem Podcast ging. Ich erlaubte ihm, meinen Namen zu nennen und scheinbar konnten sie das klären. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich war enttäuscht. Ich war sauer. Bitte hört auf, Theo mit Chan zu vergleichen. Es war scheiße, aber das hier sind Weltenunterschied. Ich muss allerdings zu dem Thema sagen, dass sie da doch implizieren, Ja, aber es war ein Weltenunterschied. Also, so wie das jetzt rüberkommt, ist das ja trotzdem wie in Machtgefälle kann man es so, ich weiß es nicht mal. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie das 2016 aussah. Also, wenn es jetzt 2016 gewesen sein soll. Ganz schwer zu sagen. Deswegen, da bin ich auch wirklich vorsichtig, muss ich sagen. Aber es sieht halt so aus, ne? Also jetzt auf den ersten Blick, Dr. Jones, danke dir für den Sub. Wir gucken uns das trotzdem genauer an, weil, wie gesagt, Theo hat ja offensichtlich ein Statement dazu rausgehauen und vielleicht klärt das nochmal einiges auf. ... dass er mit Minderjährigen eben Sex gehabt hat. Denn diese Übernachtungsparty mit Happy End, wenn sie eben schreibt, dass die Mädchen jünger waren als sie selbst und sie war gerade 17, ist das durchaus problematisch. Sie hat auf Twitter dann immer wieder betont, dass man bitte die ganze Thematik nicht mit... Was klingt aber, als wäre es einvernehmlich gewesen. Ich glaube, hier ist alles einvernehmlich gewesen. Ich glaube, hier stand ja nie im Raum, dass irgendwas nicht einvernehmlich war, ja? Weil dann reden wir von anderen Thematiken als nur das, um was es geht. Ja, nur, ja, in Anführungsstrichen. Ähm, das wird alles einvernehmlich gewesen sein, aber es ist auch in gewisser Art und Weise eine moralische, eine moralische Thematik hier. Und die moralische Thematik ist, es macht, zum Beispiel Machtgefälle ausnutzen, ja? Keine Ahnung. Also ich würde jetzt auch nicht mit, wenn ich weiß, jemand ist Fan von meinem Kanal, ja? Und ich wäre jetzt Single. Ich glaube, ich hätte schon ein Problem damit und ich glaube, ich würde es nicht mal machen, ähm, wenn ich wüsste, sie wäre Fan von mir, mich überhaupt auf sie einzulassen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt könnte. Weil das ist so, ach, keine Ahnung, das gibt so ein ungutes Gefühl. So, ne? Und, äh, ja, das ist, genau, das ist nicht so ein Ausnutzer am Ende des Tages. Und wenn man dann selber sogar nach jemandem schreit, weiß ich nicht, ich finde das echt komisch, muss ich sagen. Also ich finde, das ist schon durchaus kritisierenswert und, äh, nicht, nicht so geil, ne? Okay, wait, was er da noch alles geschrieben hat, mit allen nötigen Respekt. Wenn man als Influencer U18 Mädchen zu Dingsübernachtungen einlädt und wenn mehrere damals, damalig noch jüngere Mädchen ebenfalls davon berichten, dann sollte das ebenso im Fokus stehen. Das eine Übel macht das andere doch nicht weniger schlimm. Korrekt, das stimmt. Wenn eine Influencer mit minderjährigen Mädchen Sex hat, dann sollte das durchaus genauso im Fokus stehen. Denn ob das einvernehmlich passiert oder nicht, spielt in dem Sinn gerade keine Rolle. Wenn es sich um einen deutlich älteren Partner handelt und der immer so handelt, dass er eben viel Sex mit Minderjährigen hat und dazu vielleicht auch noch seine Beganntheit, seine Reichweite ausnutzt, dann ist das auch wieder ein Missbrauchsverhältnis. Und das sollte man nicht irgendwie unter den Teppichkern. Nun gab es eben mehrfach den Eindruck, dass Theo sich dazu nicht zu Wort melden möchte. Dem ist aber nicht so. Ich habe gestern einen Blick unter sein neues Video geworfen, wo ihm ein User geschrieben hat, ob er sich denn bitte dazu äußern könnte. Aber er scheint eben keine Lust drauf zu haben, ein großes Statement zu machen, so lange. Aber wenn ich sehe auf Twitch, das ist kein gutes Zeichen, Leute. Er schreibt dann darunter auf Twitch sehr gerne, weil das bedeutet ein Live-Statement und ein Live-Statement, Leute, also ich kann es nur jedem abraten, wenn es vor allem um so sehr, das ist ja kein kleines Thema, das ist ein riesiger Vorwurf und ist auch ein Riesenthema. Da einen Twitch-Stream-Statement zu machen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Außer er bereitet sich da sehr gut drauf vor und kann da direkt sagen, was los ist. Aber das ist nicht so gut. ... es sich vermeiden lässt. Er hat eben geschrieben, dass er sich auf Twitch gerne dazu äußert. Also ich kann nur von mir aus reden, ne? Also ich möchte nur kurz an der Stelle sagen, weshalb ich das nicht gut finde, einen Twitch-Live-Stream-Statement zu machen. Ich selbst verhaspel mich hin und wieder auch in meinen Videos, ja? Und dann sage ich irgendwas, was ich vielleicht nicht sagen wollte und dann kommt das falsch rüber. Heute zum Beispiel, ich habe, oder vor, nee, gestern habe ich das Video aufgenommen, auf meinem AlphaCAMIN-Plus-Kanal, da habe ich auch so Fragen beantwortet, bin auch auf ein paar Thematiken eingegangen und habe mir dann selber gesagt, nee, das zu sagen wäre jetzt falsch gewesen, habe es rausgecuttet und dann ist alles gut. Ne? Deswegen einfach, am besten mach dir ein paar Notizen, dann nimmst du es auf, wenn du sagst, ja, okay, damit bin ich zufrieden, damit kann ich leben und das räumt einige Sachen auf, dann hochladen und ansonsten kannst du ja Dinge noch rausschneiden oder kannst sagen, jo, ich nehme es nochmal auf. Bei dem Stream, du hast es einmal gesagt, dann ist es im Internet. Ja? In ApoRed, wäre er nicht so krass am Arsch, also er wäre mit Sicherheit trotzdem am Arsch, aber ich glaube nicht, dass er so heftig props genommen werden würde, wäre er nicht immer live gegangen, bei Unge zum Beispiel und hätte sich tausendmal widersprochen, dass er auf Gott schwört und dass er, ja, hat er ja gar nicht so viele Likes und so. Ne? Diese Livestreams, das kann so viel Gefahren mitbringen, gerade in irgendwelchen Diskussionen, deswegen weiß ich nicht. Also gut, wir können jetzt ja nur abwarten, vielleicht macht er auch ein richtig gutes Statement, weiß ich nicht, aber bei Statements wäre ich immer vorsichtig, gerade bei so prägnanten Statements wäre ich immer vorsichtig, wenn man Livestreams macht. Und, dass es da eben als Video dann verfügbar wäre, dass man sich das ja dann angucken könnte. Tja, und genau das werden wir jetzt machen. Konkret drei Punkte. Die erste Entschuldigung ist die eher simplere. Das ist zum Thema eine Ex-Freundin von mir, die soll ich von der Öffentlichkeit verheimlicht haben und ich soll die dann schließlich auch ersetzt haben. Warum das im Statement überhaupt drinnen ist und so in ihrem Texte, verstehe ich gar nicht, weil selbst wenn es so wäre, was tut das zur Sache? Aber das stimmt nicht. Also es gibt ja auch auf Instagram Bilder von uns und wenn ich gefragt wurde, hast du eine Freundin, habe ich immer Ja gesagt oder bist du Single, habe ich Nein gesagt. Also ich habe die Beziehung nie verleugnet oder so. Ich weiß gar nicht, um welche Freundin es sich da handelt. Das ist jetzt auch gar nicht so ein großer Punkt. Da geht es ja um, die anderen Punkte sind ja wichtiger. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist, ist das überhaupt noch zum Thema, die es ist. Aber ich will es auch nicht so krass ausholen. Das andere Thema, Vorwurf Nummer zwei, ist jetzt schon sehr, sehr wild und das habe ich im Stream auch schon mehrmals angesprochen. Das war einmal die Sache, also erst mal. Ich finde, eine Sache finde ich nicht gut, was geschrieben wird. Das kann ich jetzt auch gleich mal hier noch mit aufzeigen. Das ist folgender Kommentar. Hier wird geschrieben, ey, ich kenne Zeo und ich habe mit Zeo öfter Kontakt und wir tauschen auch Sprachnachrichten aus. Ist ein super korrekter Typ und hier wird aber geschrieben, Zeo ist der Letzte, der ein Arschloch ist. Wenn man jemanden nicht kennt, sage ich mal, oder nicht sehr gut kennt. Also dann müsstest du schon sehr, sehr viel Kontakt mit ihm haben. Ich kann auch nicht beurteilen, wer hier ein Arschloch ist, wer kein Arschloch ist. Ich kann nicht beurteilen, ob Kaiser ein Arschloch ist. Ich mag Kaiser sehr und wir haben auch viel Kontakt, aber was er privat macht, habe ich keine Ahnung. Wie er privat tickt, ich habe keine Ahnung. Deswegen auch als Zuschauer direkt vorauszusetzen, der kann das gar nicht machen, weil ich kenne den ja gar nicht anders. Das ist Quatsch. Ja, also guck mal, es gibt so viele Leute, wo es sich empuppt hat, dass die echt schwierige Sachen gemacht haben. Deswegen, das ist kein Ausschlusskriterium, nur weil man manche Videos vielleicht mag. Schon mehrmals. Man kann das nie sagen, man kann es wirklich nie sagen. Also ihr könnt auch, guck mal, es kann auch sein, dass ich in einem Monat exposed werde, wegen irgendeiner Kacke, die ich gemacht habe, die ich vielleicht privat gemacht habe oder so, dann wird das exposed und dann schreibt irgendjemand, ja, der Alphacan könnte niemals ein Arschloch sein, weil der, weil sich da so und so und äußert sich so und so und dann kommt irgendwas raus und bin ich trotzdem ein Arschloch. Deswegen, und dann stehst du dumm da, weil du, äh, schon wieder, ja, Leuten damit mehr oder weniger sogar Unrecht getan hast. Als angesprochen, Video rennt er schon. Das war, äh, einmal die Sache, ähm, also erstens, erst war es, Zeo ist ein Fuckboy, das habe ich ja schon ein paar Mal hier angesprochen, dass ich, ähm, das nicht nachvollziehen kann, so, warum soll ich ein Fuckboy sein? Das, das, das bin ich einfach nicht. Dann wurde es aber irgendwann schlimmer, nämlich Zeo schleift mit Zuschauern, das habe ich auch schon ein paar Mal hier im Stream erzählt oder auch in Videos und so, ähm, dass das Gerücht gibt und jetzt weiß man auch, woher, aber halt so, auch da, es stimmt halt einfach nicht. Das habe ich nie getan. Das, so, wer, wo soll diese Zuschauerin sein? also, und jetzt mittlerweile ist das Gerücht noch krasser geworden. Mittlerweile ist es einfach, dass ich, also, wie gesagt, ich kann ja zu wenig sagen, ne, ich, äh, ich finde es auch gut, dass hier überhaupt noch was dazu gesagt wird oder das nochmal größer gemacht wird, nicht, dass man die andere Seite gar nicht hört, ne, ähm, okay. Übernachtungspartys, das ist Übernachtungspartys, also Mehrzahl gab, mit Happy End, ich kann mir vorstellen, was mit Happy End gemeint ist, und das mit jüngeren Zuschauern, jünger als 17. Was auch sehr krass ist, weil ab unter 16 kommt man in den Strafbereich, da wäre es illegal, über 16 ist es legal, aber immer noch verwerflich, und eben auch die Aussage, CEO hat 2015, 16, so Anfang 2016, seine Reichweite ausgenutzt, um an 6 zu kommen, und auch hier bin ich dann so, aber ich hatte doch damals gar keine Reichweite, also gut, ich hatte 30.000 Abonnenten, aber, naja, also ich glaube, es gibt einige, die, guck mal, das reicht doch schon bloß, wenn jemand Fan von deinen Videos ist, ich hatte damals auch mit 30.000 Abos, ich hatte mein Gesicht nicht mal gezeigt, hatte ich auch Leute, ähm, hatte ich auch Leute gehabt, die, die mich gefeiert haben, so, deswegen, das kann auch schon Machtgefällig sein, also, auch das, allein schon, dass du eine Internetpräsenz hast, kann durchaus schon dafür reichen, ne. Also, was soll ich jetzt machen, ich bin voll so, ich hab das, ja, ich hab das alles gelesen, und dachte mir halt so, ne, ich will mich nicht so viel rechtfertigen, ne, so. Das ist so, das muss reichen, einfach so, hey, das ist meine Aussage zu dem Thema, so, ich könnte es noch viel mehr erzählen, und, ähm, wie ich das sehe, und generell, und blablabla, blablabla und so, ich könnte es auch noch, also ich könnte es so viel ja quatschen, aber, wir lassen es mal an der, an der Stelle so, nein, ich sage, das stimmt nicht, jetzt haben wir Aussage gegen Aussage, toll, supi, kann sich ja sein Teil denken und so weiter, okay, aber das, das, das ist wirklich so, nein, nein, sie selber sagt auch nur, hat sie gehört, also sie sagt nicht, das ist so, es ist ja Beweise, hat sie gehört, und, ähm, ja, allein, so. Er bittet im, aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, Livestreams ist keine gute Option, um, um Statements zu machen, weil das kam jetzt, sieht das so zum Schluss, so ein bisschen unsicher rüber, so, ne, wenn du, wenn du ein Video machst, kannst du es ja nochmal drüber gucken lassen, dann sieht man, okay, jo, der ist definitiv, der hat damit gar nichts zu tun, ne, weil, wenn ich jetzt ein Video mache, dann kann ich ganz überzeugend sagen, das habe ich nicht gemacht, das sind falsche Anschuldigungen, und, wenn die ja weiter gestreut werden, dann gehe ich da auch rechtlich gegen vor, weil offensichtlich, äh, ist das, ist es halt einfach falsch gewesen, und das verleiht vielleicht auch nochmal ein bisschen, äh, Nachdruck, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, in dem, das Problem ist, in dem Livestream, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte, ne, wenn mir jetzt sowas vorgeworfen würde, oder werden würde, und, äh, das Ganze stimmt nicht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, deswegen wäre es vielleicht sinnvoller, wirklich zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Kopf, und, äh, bringe da ein Statement dazu, das war, das war so eine, wischiwaschi, äh, so ein wischiwaschi Statement, ne, also, beziehungsweise kamst du rüber, na, er hat gesagt, er hat damit nichts zu tun, wie gesagt, es sind alles Anschuldigungen, ja, und ich bin hier auch nicht der Richter, ich kann jetzt hier nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, und ich weiß nicht, wie groß das Ganze ist, ich weiß nicht, aber, ja, ja, es ist, wir haben jetzt einfach beide Seiten gehört, ich kann dazu jetzt schlecht sagen, was jetzt hier das, äh, das Richtige ist, ja, aber, ich fand das Statement nicht so, nicht so schlagfertig, würde ich sagen, nicht so schlagfertig, ich fand es nicht so schlagfertig irgendwie. Zugesang des kleinen Statements, außerdem, Awe Ellie, dass sie Kontakt zu ihm aufnimmt, damit sie das unter sich klären können, und das war es im Endeffekt. Ich habe dieses Video jetzt gemacht, da ich in meiner Kommentarsektion auch gesehen habe, dass mir einfach Leute sich beschwert haben, dass Theo sich überhaupt nicht dazu äußert, und, ähm, ich möchte solche Dinge natürlich nicht irgendwie unkommentiert stehen lassen, wenn ich klar sehe, dass dem nicht so ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst jetzt gern noch ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt, vielen Dank an all die neuen Leute, die in den letzten Tagen dazugekommen sind, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, und wir sehen uns dann beim nächsten Video, ich habe ganz, ganz viele spannende Themen für euch vorbereitet, ich freue mich schon richtig dir. Okay, äh, ey, dankeschön fürs Statement, ja, ähm, diesen Daystream hat er, äh, gute Aufarbeitungen gemacht, sag ich mal, ne, sehr, sehr spannende Angelegenheit, äh, gibt ein Like, läutet die Links zu den Videos, das sind selbstverständlich unten in der Beschreibung, checkt das gern ab, äh, lasst ihr gern ein Abo da, wenn euch das interessiert, wenn euch das gefällt, vielleicht macht ihr da noch mehr dazu, ähm, ja, interessante Thematik, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen, was machen wir als Algorithmus-Kommentar? Boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was könnten da als Algorithmus-Kommentar passen, keine Ahnung, ich kann jetzt nur an der Stelle erstmal sagen, äh, ja, schreibt mal crazy in die Kommentare, ich glaub crazy, doch, das, das drückt relativ, ähm, relativ gut aus, äh, das ist alles eine sehr heftige Thematik, es ist sehr crazy, ähm, ja, schreibt crazy in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt, lasst gern ein Abo da, würde ich mich super freuen, vielleicht schaffen wir irgendwann die 70.000, wäre nice, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, Stänkchen und Zwängchen, euer Alpha Kevin, und ciao, ciao. Ciao.